Hallo liebe meine Freunde und ich habe eine Info. Ich habe mich eben vertan. Das war nicht meine größte Arbeit. Sondern die hockt hier jetzt gerade. Mit ihrem orangenen Kopf. Und meint jetzt, ich muss keine Ahnung was veranstalten. Ich muss tanzen oder so. Zack. Das ist die Sekunde. Ja toll, das fokussiert nicht. Oh, ich wackele so durch. Ich habe hier so geguckt und gemerkt, dass es gar nicht meine größte Arbeitenden war. Sondern eine andere. Und das fokussiert immer noch nicht. Was für ein Dreck. Weiß ich einfach, ob es zu vielen anderen weiter liegt oder was. Fokussier doch, du trägst ein Handy. Toll. Schwarze Masse. So vielleicht. Jetzt fokussiert sie. So. Jetzt. Mach das jetzt nicht wieder schwarze Masse an. Ja geht doch Handy. Also sie hat echt einen enormen Kopf. Und der ist leicht. Da ist die andere, die ich für die größte gehalten habe. Aber nein. Hier seht ihr. Hier ist die glaube ich. Oder da ist eine von den beiden. Aber die ist so ein ganzes Stück größer nochmal. Also der Kopf ist hier. Die hat einen roten Kopf. Wie man ihn leicht sieht. Und sie hat einen hellrot oder eher gesagt orange. Ja jetzt. Super. Jetzt sieht man sogar den Unterschied. Hat man gut gesehen von den Köpfen. Das ist so schön. Jo. Ciao. Jo. Jo.